Ein Schwerpunkt des Internationalen Literaturfestivals Berlin ist die Kinder- und Jugendliteratur. Heute präsentiert die mit vielen Auszeichnungen geehrte britische Autorin und Illustratorin Emily Gravitt ihr Buch Monkey and Me – Affe und ich im Haus der Kulturen der Welt. Weißt du, was ihr hier heute macht? Nein. Habt ihr in der Schule irgendwas vorbereitet? Wir gehen heute zur Autorenlesung und wir haben ein Ringchen vorbereitet. Da stehen unsere Namen drauf. Was ich mache, ist, dass ich den Kindern erzähle, wie ich ein Autorin und Illustrator wurde. Ich erzähle ihnen, wie ich ein Kind war und wie ich schreibe. Wir lesen ein paar von meinen Büchern und versuchen, die Kinder zu erinnern. Also, sie schreien oft und mime ein paar von den Wäldern und wuffen, wenn es dog ist und so. Und dann, ich mache sie eine von meinen Storien und es schreibe. Also, ich schreibe die Charaktere und es schreibe mit ihren eigenen Charaktere. Und ich illustrate es für sie. Sind wir bereit? Nach drei. Eins, zwei, drei. Elifert, ein und ich gehen um sie riechen. Woo! Ich denke, dass sie mit den Autoren zu treffen und mit den Sachen mit ihnen zusammenzubringen, das bringt einfach die Bücher für sie. Also, dass sie immer enthousiastischen Liedern haben, die es genutzt werden. Es wird vielleicht ein paar von den Kindern, die nicht so enthousiastisch über Bücher waren, es wird einfach anfangen, zu denken, dass sie interessiert sind. Das ist eine gute Sache. Wir haben geguckt, wie sie früher, als sie drei war, die Bilder gemalt hat, hat sie uns gezeigt. Und wir haben noch eine Geschichte gemacht selber. Was hat dir denn am besten gefallen? Als der Elefant die Blumen gekriegt hat. Das Beste fand ich also, dass wir die Geschichten selber, dass wir da selber mit denen die Geschichten gemacht haben, unsere eigene. Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen. Ich komme seit vielen Jahren jetzt hierher mit den Klassen. Und es ist immer wieder ein wunderschönes Erlebnis zu sehen, wie die Kinder darauf reagieren, dass sie einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin in Wirklichkeit erleben. Und zum Beispiel hier auch wieder. Es gibt ja viele Autorinnen und Autoren, die selber die Zeichnungen machen. Und das ist für die Kinder ganz toll zu erleben. Du warst doch der Erste, ne? Wir lieben Sie die Lehrer! Die Lehrer! Ich konnte keinen Vielen Dank.